geht aber auch die sniper leckt mir am arsch ich habe mir mal neue schnittprogramm zugelegt und möchte das einfach mal ausprobieren wie es ausschaut und so deswegen habe ich mal hier vom multiplayer ein paar sachen aufgenommen und die hochgeladen viel spaß dabei hat er mich jetzt hat er mich die sau hätte er schon hin bei uns leute guckt mal rechts 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 unten ich habe bis jetzt noch keinen einzigen tippen gesehen ich habe zwei strecken gesehen wo hocken denn die ich habe wir hocken hinten im spawn naja ist in der olle war ist meiner bewegung in diesem gebiet bis drunter gefallen ja an der stelle hier passiert gerade nicht viel da möchte ich mal was zu zombies sagen zum zombie modus mwz wir haben es auf eis gelegt weil im moment content fehlt wir probleme haben irgendwelche baupläne zu bekommen und das schwitzen mit den zombies ganz schön heftig ist in letzter zeit von daher erst mal auf eis gelegt kommt vielleicht mal wieder aber so weit so gut und weiter geht's ich gehe hinter dir danke Ziele im Gebiet 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 Okay, jetzt hat er mich Scheiße, haben die ein Geschütz da? Da ist wieder einer in dem Büro drin Linke Straße, Mitte Vorm Panzer Oh, es sind zwei Alter Ich bleib stehen Links lang kommt einer Schade Schießen die ihn durch? Alter, das geht doch gar nicht Kommt links, einer kommt links Noch einer längs im Büro Hinten ist er Unterwegs Feindliche Bombendrohne im Einsatzgebiet Feindliche Drohne im Einsatzgebiet Ich glaube noch Ich glaube noch Schießt auf mich und alles, ey. Der Feind ist in Führung gegangen. Immer noch bei uns im Spawnhaus. Wir haben die Führung übernommen. Der Feind ist in Führung gegangen. 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 Verbündete Bombendrohne online. Noch 10 Sekunden. Sehr schön. Ja, an der Stelle hier nochmal, das war nur ein Testvideo. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe das mit CupCut geschnitten. Ist ein kostenloses Programm. Ihr könnt ja mal reinschauen. Ciao, danke, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.